Das Silver Star CU4 ist das neueste Mitglied der Fame USB Mikrofonfamilie. Was es neben dem wirklich sexy Design alles drauf hat, zeige ich euch, wenn ihr dran bleibt. Hallo und herzlich willkommen bei MusicStore TV. Die Fame USB Mikrofone erfreuen sich seit Jahren allergrößter Beliebtheit, denn sie liefern wirklich sehr gute Qualität zu einem unglaublich günstigen Preis. Aber jetzt mit der neuesten Generation, mit dem CU4, hat Fame wirklich den Vogel abgeschossen, wenn es um das Design geht. Dieses coole Vintage-Design ist wirklich einzigartig und es macht damit sicherlich eine sehr, sehr gute Figur an jedem Computerarbeitsplatz. Neben dem fantastischen Vintage-Design verfügt das CU4 auch über eine durchdachte Technik. Auf der Front haben wir den Pegelregler, der in der Mitte kombiniert ist mit einer Mute-Taste. Damit kann ich den Eingang mal eben kurz stumm schalten. Darüber ist die Multifunktions-Status-LED und auf der Rückseite haben wir den USB-Anschluss. Das Kabel ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Und darüber kann ich als sehr nettes Feature direkt meinen Kopfhörer anschließen, um das Aufnahmesignal sofort abhören zu können. Der ebenfalls sehr stylische und vom Design wunderbar passende Tischständer ist im Lieferumfang auch enthalten. Man kann aber das Mikrofon auch problemlos auf andere Stative schrauben. Sehr praktisch ist, dass das Silverstar CU4 am PC oder Mac einfach über USB eingesteckt wird und ohne jede Treiberinstallation sofort verwendet werden kann. Einfacher geht es wirklich nicht. Mit einem Camera-Connection-Kit kann man das Mikrofon sogar an einem iPad betreiben. Das Fame Silverstar CU4 ist wirklich ein fantastisch designtes Mikrofon im edlen Vintage-Design, das gleichzeitig aber auch noch sehr gute Klangqualität zu einem fantastischen Preis liefert. Was will man mehr? Perfekt geeignet, um zum Beispiel für Podcaster Audioaufnahmen am Computer zu machen, aber auch für Gesangsaufnahmen, für die kleine Demo zwischendurch mit dem Computer. Es ist wunderbar geeignet, zumal man mit dem Kopfhöreranschluss auch direkt in Echtzeit ohne Latenz abhören kann. Wirklich ein tolles neues Produkt von Fame. Schaut es euch an bei uns im Shop unter www.musicstore.de Ich danke fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.